Schöner Tag heute! Ich gehe mal an meinen PC nach einem Motorrad gucken. Ich habe mir schon immer mal eins gewünscht. Oh, da ist ja eins. Mutti, Mutti, darf ich mir das kaufen? Ja, du darfst. Du wolltest schon immer eins haben. Ich gehe jetzt ins Bett und warte, bis mein Motorrad gekommen ist. Gute Nacht! Yeah, mein Motorrad ist gekommen! Endlich! Da ist es ja! Ich werde sie gleich mal anmachen. Oh Mist, ich muss meinen Helm noch schnell holen. Oh, dich hat's erwischt. Es ist nichts Ernstes. Sie werden bald wieder gesund. Wie geht es dir, mein Junge? Ich bin froh, dass es dir wieder gut geht. Ja, wir kommen noch mal an! Mhm Bis zum nächsten Mal.